Heute besprechen wir, wie du 100% Motivation fürs Lernen bekommst und dich immer und sofort zu den Hausaufgaben motivieren wirst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich glaube so eine der wirklich größten Challenges, die man so in der Oberstufe allgemein hat, ist einfach am Nachmittag, wenn man von der Schule heimgekommen ist, vielleicht gegessen hat, vielleicht auch eine kurze Pause gemacht hat, sich dann zu den Hausaufgaben hinsetzen. Weil es ist genau das, du denkst eigentlich, ah es ist am Nachmittag vielleicht auch größtenteils Freizeit und du musst diese Hausaufgaben auch machen. Und wenn du dich da hinsetzt, macht es so einen großen Unterschied. Natürlich zum einen erfolgstechnisch, weil du einfach viel bessere Noten schreiben wirst, du lernst viel mehr, weißt viel besser Bescheid. Aber was viele in deren Sinne sich nämlich bisher komplett vernachlässigen, ist auch, wie viel gefühlstechnisch geiler das Ganze ist. Weil ich meine in der Schule, macht vielleicht manchen mehr Spaß, manchen weniger, aber am Nachmittag macht es so einen großen Unterschied, ob du die Hausaufgaben schon gemacht hast, weil es ist so ein befreiendes Gefühl danach. Oder ob du die ganze Zeit vor dir hinschiffst, die ganze Zeit, oh ich muss noch, muss noch. Und du im Prinzip, selbst vom Nachmittag, wenn du beispielsweise den auch gar nicht in der Schule verbringen musst, fast gar nichts davon hast. Das heißt, wenn du schaffst, wirklich diese wirklich, es ist wirklich einer der größten Challenges, gebe ich zu. Aber wenn du schaffst, da drüber zu kommen, wirst du dich einfach in der gesamten Oberstufe so viel besser fühlen, weil du einfach immer sofort die Hausaufgaben machst und dann die Freizeit, die du hast, die ja manchmal in manchen Phasen auch echt nicht viel ist, aber die, die du hast, kannst du voll genießen. Und das ist natürlich übelst geil, wenn man das wirklich schafft. Erster wichtiger Punkt, wovon hängt die Motivation denn eigentlich überhaupt ab? Das bedeutet, so viele Leute reden immer über Dinge oder beschäftigen sich mit Sachen, ohne überhaupt erstmal zu verstehen, wovon hängt das denn ab? Ja, ich müsste mir motiviert sein. Ja, ich müsste mir motiviert sein. Ja, was drückt denn deine Motivation aus? Ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich keinen Bock zu lernen. Darum geht es nicht, man muss es erstmal verstehen. Und zwar hängt nämlich Motivation eigentlich von zwei Dingen ab, die auch gleichzeitig kombiniert miteinander agieren. Zum einen das Bild, was du mit der Sache, wenn du an sie denkst, in deinem Kopf aufrufst und gleichzeitig das Gefühl, was du damit verbindest. Das bedeutet im konkreten Beispiel mit den Hausaufgaben oder mit dem Lernen am Nachmittag, frag dich jetzt mal selbst, wenn du versuchst, beispielsweise du liegst im Bett, vielleicht an deinem Handy oder chillst gerade, du sitzt gerade noch am Essenzisch und du willst dich dann aufraffen zu den Hausaufgaben, welches Bild hast du dann im Kopf? Also was siehst du genau? Versuch dir das jetzt mal wirklich vorzustellen und gleichzeitig, welches Gefühl verbindest du damit? Und versuch auch dieses Gefühl jetzt zu fühlen. Weil wenn du das erstmal verstanden hast und auch merkst, okay, so fühle ich mich, das Bild verknüpfe ich damit, dann dürfte das, je nachdem wie positiv oder negativ es ist, auch deine Motivation entsprechen. Schreibt mir in die Kommentare, ob es auf euch zutrifft. Zweitens, nachdem du es wahrscheinlich realisiert hast, dass das Ganze sehr eng zusammenhängt, geht es natürlich darum, dass du genau dieses Bild und dieses Gefühl änderst. Weil das ist wie gesagt die Hauptsache, die es im Prinzip ausmacht. Weil wenn du versuchst, sich zu etwas aufzuraffen, beispielsweise Hausaufgaben, dann geht das alles nur über die Vorstellung davon, wie es sein wird. Weil du versuchst, dich ja erst dazu aufzuraffen. Das heißt, du machst es ja noch gar nicht in der Realität, sondern du durchläufst es im Prinzip nur im Kopf. Und wenn du aber die Vorstellung davon hast, dass es übelst geil ist, dann machst du natürlich auch schneller. Wenn du die Vorstellung hast, du hast keinen Bock drauf, dann machst du natürlich auch nicht. Und so ist es nämlich bei den meisten Schülern. Wenn die meisten Schüler sich an die Hausaufgaben denken, dann haben sie eigentlich so ein Bild von ganz vielen Büchern, ganz vielen Sätzen, Seiten, Aufgaben. Ich muss ganz viel schreiben und so weiter. Sie haben quasi diesen ganzen Berg von Arbeit vor sich und verbinden deswegen auch so ein Gefühl von Langeweile. Oh, es ist ätzend. Vielleicht auch ich verstehe das nicht. Oder ich muss mich so viel anstrengen. Und die sind im Prinzip wie so ein Marathonläufer, der diesen Marathon laufen will. Die ganze Zeit denkt, oh, das sind 42 Kilometer. Oh mein Gott, ich muss so weit laufen. Oh mein Gott, das wird so anstrengend. Was mache ich denn in der ganzen Zeit? Boah, ich kann mich halt ja gar nicht beschäftigen. Da wird mir wahrscheinlich total langweilig wenden laufen. So sind die meisten Schüler leider. Aber genau das wollen wir verändern. Weil als Abiturathlet denkst du erstens vom Bild her nicht mehr so krass daran, wie viele Sachen du schreiben musst, sondern vielmehr auf dich selbst. Oder vielleicht hast du auch bildlich so ein bisschen deine Hand im Kopf, wie sie dich einfach so schreibt. Und Aufgabe nach Aufgabe nach Aufgabe. Und du verknüpfst damit dadurch auch vielmehr ein Gefühl von, ich zieh das durch. Ich bringe da Leistung. Ich kann da was Neues lernen. Ich kann da Spaß dran haben. Vielleicht auch eine Challenge. Ich bringe da Performance. Ja, im Prinzip dieses Gefühl von, ich zieh das so durch. Das bedeutet, sie fokussieren sich vielmehr auf ihre eigenen Fähigkeiten. Das bedeutet, Abiturathleten sind da. Das Ding ist ja auch der Name, Abiturathleten so gewählt. Dann fokussiert man sich vielmehr darauf, hey, was kann ich denn eigentlich bringen? Was sind denn eigentlich meine eigenen Fähigkeiten? Das heißt, wo, ich meine, es ist in beiden Fällen immer das Nauseausschreiben, immer eine Herausforderung. Das ist klar. Nur die meisten Schüler fokussieren sich eben darauf, ja, ich schaffe das nicht und das ist so viel und ich muss mich so anstrengen. Als Abiturathlet denkst du dir aber vielmehr, geil, gerade beides eine Herausforderung ist, gerade beides eine Challenge, kann ich Performance bringen. Deswegen kann ich was Neues lernen. Wenn es nicht herausfordern wäre, können ich auch die ganzen positiven Aspekte nicht haben. Deswegen framet man das als Abiturathlet um und motiviert es sich so viel, viel einfacher. Drittens, behalte genau dieses Abiturathleten-Mindset beides. Ja, das wollte ich für mich Abiturathleten-Mindset, dass du aus den großen Aufgaben und den großen Zielen gesetzt, sie nicht mal als Problem siehst, sondern als Möglichkeit zu wachsen, dass du da Bock drauf hast. Aber, auch wenn jetzt vielleicht dieser Mindset so durch den zweiten Tipp gerade schon gut passiert ist und der wirklich viel ausmacht, weil du auf einmal erkennst, oh shit, es geht gar nicht um die ganzen, um die ganzen Arbeit, die ich mache, muss man viel mehr über meine ganze Performance, die ich bringen kann. Auch wenn dieser Shift-Joy extrem viel ausmacht, wird er nicht zwangsläufig dauerhaft anhalten. Du wirst ihn zwar dauerhaft parat haben, aber nicht zwangsläufig umsetzen. Weil, du wirst, nehmen wir den Marathonläufer. Wenn du 42 Kilometer läufst und so ein Profi, der fängt vielleicht auch an, sagt, ja, ich bin übesgute, fokussiert darauf, schnell zu laufen, versuch seine Pace zu halten, versuch fokussiert auf seine eigenen Beine, die Schrittfrequenz hoch zu halten. Das heißt, der bleibt auch in sich und konzentriert sich nicht darauf, wie weit es doch ist, weil denkst du immer, noch 40 Kilometer, 39, du bist komplett verrückt. Aber auch ein sehr guter Läufer, vielleicht, gerade wenn es noch alles in den letzten 10 Kilometer, wo es extrem anstrengend wird, wird auch erst immer wieder auf die Urschule, okay, fuck, wie weit ist es nicht. Guck dann schreckt mir ran, lässt sich von seinem Trainer sagen, wie weit es noch ist, wie lange er noch laufen muss, wenn er diesen Schnitt durchhält und so weiter. Und genau in solchen Situationen wirst du bei den Hausaufgaben auch immer wieder sein, weil du dir dann denkst, ja, okay, ich hab zwar voll Bock, der Leistung zu bringen, in diesen Momenten musst du dann immer wieder kleinere Mindshifts machen. Wir haben gerade durch den vorherigen Tipp, ah, okay, es geht voll um die Leistung, haben wir diesen großen Mindshift gemacht, wo man es überhaupt mal gecheckt hat, aber das musst du in kleinerem Maße immer wieder nachholen, weil du zwangsläufig immer wieder in dein altes Mindset zurückfallen wirst. Deswegen versuch da auch wirklich konstant wach zu bleiben, sowohl über die Hausaufgaben am jeweiligen Tag hinweg, das heißt, weil natürlich je länger du deine Hausaufgaben und dabei lerntest, desto anstrengender wirst und desto mehr wirst du in dein altes Mindset reinfallen. Genauso aber auch über die Tage und Wochen hinweg, es heißt, vielleicht in den ersten drei Tagen nach dem Video laufen, ich habe übelst gut gesagt, ja klar, Abitur lebt Mindset und bam, aber mit der Zeit, ja genau da musst du wieder da sein und dieses Mindset immer und immer wieder refreshen. Viertens, wir haben jetzt gerade alles gehört, wie du im Prinzip das ganze Abitur �iten Mindset aufbaust, was ich konstant auch sehr lange bringen wird. Aber nichtsdestotrotz sind wir nicht naiv, auch in diesem ganzen Prozess, den du wirklich auf der empezar-Haupt-Prozess halten solltest, du wirst immer mal wieder im Moment haben, was einfach nicht klappt Und ja, und im Prinzip geht es bei der ganzen Sache immer vor allem um eine Sache, dich einfach nur hinzusetzen. Und deswegen als ganz entscheidender Tipp, such dir immer wieder neue Katalysatoren. Katalysatoren kennen ja diejenigen, die Chemie in der Oberstufe haben, aus der Chemie oder ich glaube aus der 10. Klasse kennt man es auch, ich habe ja Chemie nach der 10. abgewählt, aber mir sagt der Begriff auch was. Und zwar ist ja im Prinzip ganz einfach ausgedrückt, ein Stoff, der die ganze Reaktion erleichtert. Das bedeutet, man braucht weniger Energie, um das Ganze umzusetzen. Was meine ich dann mit diesem Bezug auf die Hausaufgaben? Die eigentliche Challenge ist ja einfach nur sich hinzusetzen. Wenn man sitzt, ist es zwar auch nicht zwangsläufig ein Selbstläufer, aber es funktioniert schon wesentlich einfach, als ich überhaupt mal aus dem Bett, aus der Couch, vom Mittagstischen aufzuraffen. Deswegen, such dir was auch immer es ist. Es kann eine Quote sein, irgendein Motivationszitat, deswegen poste ich auch so viele auf Instagram davon, weil ich ganz genau weiß, das können irgendwelche anderen Sprüche sein, das können Sachen, die andere große Personen gesagt haben. Das kann ein Motivationsvideo sein, was du dir vielleicht gar nicht jedes Mal wieder anschauen musst, sondern einfach nur dich wieder daran erinnerst. Das kann auch so etwas wie schnipsen, klatschen, oder du sagst, ey, okay, ich bin da, ich bin da. Immer solche kleine Pusher, ja so kleine Motivationskatalysatoren, wie ich sie bezeichne, wo du dann einfach sagst, okay, wenn ich mich daran erinnere, dann setze ich mich hin. Und denke auch nicht groß drüber, das ist einfach nur, okay, bam, ich setze mich hin. Versuche es einfach so schnell, ja, wie möglich, weil es geht ja wirklich nur um die, ja, wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst da, was ich meine, es kann man in den Wort, wenn ich auch sage, ich habe nur um die, ja. Und dazu nutzen diese ganzen kleinen Helfer-Tools im Prinzip sehr viel. Ich habe aber auch bewusst auch immer wieder andere gesagt, weil, auch wenn sich Katalysatoren in der Chemie wesentlich weniger abnutzen, als andere Stoffe, verbrauchen die sich auch langsam. Deswegen gilt es genauso auch für die Hausaufgaben, wenn du dir immer wieder einen Spruch hast, ich hatte beispielsweise immer den Spruch, win today, win today. Und ich habe mich immer wieder darauf fokussiert, es geht darum, dass ich die nächsten Jahre gewinne, ich muss einfach nur heute, einfach nur heute meine Hausaufgaben machen. Immer wieder heute, heute, heute. Das hat mich über Wochen und Monate getragen, aber irgendwann nutzt sich das ab. Deswegen, dann musst du dir wieder was Neues suchen. Du suchst dir wieder ein neues, interessantes Zitat, ein anderes Video. Und so kannst du dich immer wieder pushen, 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 weil es eben immer nur um diese kleine, ja, Initierung der ganzen Reaktion geht. Und jetzt noch ein heftiger, fünfter, letzter Tipp. Und zwar, liebe die allerschwierigsten Momente. Der Gameplan, den ich euch bisher mitgegeben habe, der ist wirklich schon heftig. Das ganze Motivation ist hier mal eines der schwierigsten Thematik, glaube ich. Aber wenn du das von bisher befolgst, wirst du, sag ich mal, in 95% der Fällen wirklich schon gut motiviert sein. Oder auch, selbst wenn dieser Motivationsplan aus den ersten drei Tipps mal scheitert, hast du trotzdem diese Motivationskatalysatorne, die dich trotzdem pushen. Nichtsdestotrotz, obwohl wir das alles schon besprochen haben, wird es immer noch 2, 3, 4% Momente geben, wo du merkst, fuck, egal was für ein Ziel, egal was für eine Mission, auch egal was für ein Why, warum ist ja aktuell ein ganz großes Thema, egal was für Sachen ich damit verwende, ich sitze einfach da und, ah, fuck, und dann bringen wir auch der letzte Spruch nichts mehr. In diesen aller, 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 aller schwierigsten Momenten musst du genau den, fuck, das ist der allerschwierigste Moment sein, daraus musst du die gesamte Kraft nutzen, um ihn zu überwinden. Weil, was ich persönlich in diesen Momenten mache, ich erinnere mich ganz genau daran, dass das jetzt einer der schwierigsten Momente ist. Und wenn ich in 5 Jahren auf alles, was ich geschafft, zurückschaue, wenn ich genau in solche Momente zurückdenke, dann denke ich, wow, genau weil es damals so hart war, genau weil ich mich damals trotzdem durchgepusht habe, genau deswegen stehe ich jetzt da, wo ich stehe. Und deswegen, immer wenn ich jetzt mittlerweile in so einen Moment komme, solch Moment passiert jedem, auch mir, auch den allererfolgreichsten Menschen, zu denen ihr vielleicht anderweitig aufschaut. Auch die haben das. Aber dann geht es darum, ich werde dadurch fast inspiriert. Wenn ich merke, okay, das ist einer der schwierigsten Momente, den ich im letzten Monat habe, das inspiriert mich, weil ich weiß, alter, das ist ein ganz entscheidender Punkt in meiner Story, die ich hier gerade schreibe. Und aus dieser Schwierigkeit nutze ich genau diese Kraft, um diese Schwierigkeit auch zu überwinden. Weil du kannst diesen Move mit, ah, genau weil es jetzt so schwierig ist, genau weil ich hier Champions geworden bin, genau deswegen mache ich es. Das kannst du nicht einfach jeden Tag machen, weil die meisten sagen, ich muss mir aufraffen. Das bedeutet, da auch das ist so extrem selten vorkommt, liegt darin auch die ungemeine Kraft. Und die musst du nutzen, um dann wirklich auch in den aller, aller schlimmsten Momenten die Sachen trotzdem durchzuziehen. Und wie jetzt manchmal immer noch zum Schluss ein Bonustipp, und zwar, was ich wirklich sagen muss, dein physiologischer Zustand, das heißt, in welchem Feeling dein Körper ist, macht so einen krassen Unterschied. Ihr kennt das bestimmt, wenn du auf der Couch schläfst, also angenommen, du hast einen langen Tag an der Schule, hast dich viel gemeldet, bist vielleicht auch ein bisschen erschöpft, dann fährst du mit dem Bus heim, da vielleicht Sonne schon, du sitzt die ganze Zeit, pennst vielleicht schon so halb, dann kommst du heim, isst erstmal richtig viel und legst dich dann auf die Couch. Dann bist du natürlich sowas von, hm, dann ist es tausendmal schwieriger. Das ist so, wie wenn du zwei Meter unter dem Boden bist, dann nicht da raus zu riefen an den Schreibtisch. Deswegen, versuch dich da auch wirklich drauf zu konzentrieren. Geh vielleicht nach der Schule lieber locker laufen, keine Workouts, dann geh einfach nur locker laufen, dusch dich, dann bist du wieder viel frischer. Mach vielleicht gleich 20 Minuten Hausaufgaben oder wiederhol nur kurz was aus dem Unterricht, weil du dann diesen ersten Schritt, aus dem du dann das ganze Momentum wieder rausbekommst, sofort hast, dann isst du was, dann ist es Essen, aber auch mehr nur eine Pause im Sinne von, ich habe schon angefangen, ich mache eine kurze Pause mit dem Essen und dann mache ich direkt weiter und so kannst du im Prinzip direkt durchziehen. Schreibt mir eure Sachen in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr damit klarkommt. Ansonsten, denk immer dran, ich glaube an ich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.